Ähm, ja und dann war da halt die Video und dann, ahm. Verstehst du? Ja, Mensch. Das kann passieren. Wie denn, Mensch. Musste noch einmal sein. Dankeschön. Okay, wir stellen uns jetzt an und sagen einfach gar nichts mehr, okay? Ah, stirb. Vorsicht. War das Skill oder war das? Das war einfach nur knapp. Das war nix Skill, sondern nur knapp. In dem Level war das auch, weil du einen mega knappen Sprung gemacht hast. Ja, ach. Ich habe irgendwie dieses Spiel verpackt, weil ich einen zu langen Sprung gemacht habe. Nein, das war kein zu langer Sprung. Das war einfach nur total knapp. Das war ein längste Sprung. Das war ein Pickel lang. Ja, dankeschön, das ist irgendwo dran. Wir machen hier hinten was, du rennst einfach weiter. Ja, es ist ihm scheißegal, obwohl er am Land steht. Hauptsache, er kommt weiter. Er ist einfach ein ungeduldiges Genug. So kommst du weiter im Leben? Nein, eben nicht. Hallo, hör auf den Arzt schon werf. Der Jerk hat's Beetrücken übrigens miteinander mit einem Dingensabdingensen. Oder was ist das? Huter Klirn. Flieg du scheiß Kugel, flieg. Warte, warte, warte. Alles ist gut. Ihr bamft euch gegenseitig. Hier war das. Hier war das. Das war so ne Entfernung, wir haben's noch geschafft irgendwie. Das war richtig. Ja, von ganz vorne bis nach ganz hinten irgendwie. Mit vollem Speed einen Sprung gewagt und dann... Das war richtig knapp. Wollst du mich gar nicht aufwerfen? Das war das geht hier ja gar nicht. Das regt mich irgendwie auf. Das regt mich irgendwie auf. Jetzt mach ich mal richtig skill. Aaaaaaahhhhhh. Bist du ein Hengst. Ja, ich weiß. Warte auf mich. Ich warte auch immer auf euch. Mhm. Was tust du? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hey! Nein! Wir schaffen's echt immer wieder, oder? Ja. Ah, ist das schön. Das ist herrlich. Das ist 12. Das ist 12, wenn man das auch zweimal machen muss. Das ist das Problem dabei. Und 12 gehen wir erstmal. Da ess ich was. Das ist Müsli. Das ist das einzige was man der Mensch braucht. Der Junge isst keine Chips, er isst keine... Der Junge... Er isst nur Müsli. Müsli und Tortellin. Aber das wollte jetzt wahrscheinlich überhaupt gar keiner wissen. Ich hab grad nur meinen Pinguinanzug mal wieder verloren. Im Blickwunsch. Das war aber in Absicht. Mhm. Ja. Kann's auch ohne. Ja, genau. Da unten müssen wir später dann rein. Um das mal kurz zu spoilern. Ja, los. Ja. Remke, was kannst du? Ich hoffe, immer mit dem Kontrollzustand. Das ist das schlimmste, das ist das schlimmste Angebot, bei dem man sich beim Aufregen von Spielen angewinden kann. Andere Menschen zu sterben. Pfff. Er schlagt dich nicht. Nein! Nein, ich bin nicht gestorben. Mann. Der Aufschluss fand ich so ganz geil, weil du mal als Netzer draufkommst. Wir sind in Welt... 4? 3. Und du hast schon 5 extra dafür. Ich hab eigentlich noch 0. Ich hab 6 oder 7. Wir sind nicht wirklich erst in Welt 3 nach... Wie viele Stunden? Keine Ahnung. 3. 3. Das ist unglaublich schlecht. Wir sind unglaublich schlecht. Ich schäme mich. Schön, wenn ich dann wieder von zur Seite weggeboxt. Nein, du holst jetzt nicht noch den Pinguin nach. So... Danke, du hast auf mich gehört. Wie kommt das denn? Ich hätte die sowieso wieder verloren, aber jetzt ohnehin geschafft. Nein! Nein! Wir haben jetzt wieder eine Phase, oder? So, jetzt... Moment. Wollen wir Pause machen gleich kurz, wenn wir hier 15 Minuten fallen haben, dann müssen wir schön praten. Wir machen in 1240 kurz Pause, wenn wir mal kurz irgendwie zu neuen Kräften kommen. Wir sind... Wir sind zu unfähig, ey. 1240. Wir machen jetzt das... Wir machen jetzt das Level durch und dann machen wir kurz Pause, okay? Okay. Okay. Jetzt müssen wir ganz ruhig und strukturiert vorgehen und dann werden wir es schon schaffen. Aber wir müssen trotzdem kommen. Ja. Fahr vorsicht. Schön. Gut. 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 Komm her. Nein! Remke, bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Du bist so dumm! Bleib da jetzt spät, ey! Hört man eigentlich, wenn wir die ganze Kontrolle schütteln? Nein! Das ist viel zu leise. Oh! Boah! Das ist Ende... Ende Level. Voll... Aber das ist auch doch nicht. Die ganze Zeit nur A drücken. Schön. So macht das Spiel Spaß. Wahrscheinlich hat er das immer. Ach, das ist... Das war die... Das... Hab ich das. Hengst. Meine Hand tut weh. Wovon denn? Keine Ahnung. Vom vielen Schütteln. Was ist denn? Oh! Oh! Peniswitzel mit 16! Wuh! Nein! Hau raus! Hier war... Hier war das... Hier war das... Hier war das... Wir machen mal kurz Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Warte mal. Wir müssen noch beatmen bis 10 Minuten zenden. Sonst ist das keine schöner Part. Na... Okay, dann jetzt... Ähm... 3... 2... Ne, ich hab die Vier ausgemacht. Ne, das... Ne, das... Ja, doch stimmt. Wir haben die Vier ausgemacht. Ach, ich bin so gut. So... Wir haben keine Ahnung wie... Wir haben bis vor kurzem geschlafen. Also haben da etwas länger Pause zwischen gemacht. Ne, etwas länger Pause. Ja... Ach, stimmt. Oh Gott. Ja. Erinnert ihr euch? Ja, schon so lange her, aber ich nehme mich. Das schwimmt zwei Stunden her. Scheiße. Kann man sich natürlich nicht mehr daran erinnern. Und... Ich will hier nicht eingefischt werden und ich komme hier für nicht hoch. Lass sie sich stellen. Ich bin auch hier für nicht zu dumm. Ja, komm ja. Danke. Oh, ja. Oh, ja. Kannst du hier doch einfach ansteuern. Malte, Malte, komm. Ja, kannst du auch eingefischt werden. Ich kann das nicht. Mh... Danke! Ich war so hinter den Interferenum so gut. Das hängt ja schon mal super an mir. Ja... Ich spring drauf und dann schon... Warte mal, spring da oben auf dieses Ding drauf. Ich spring da drauf. Ja. So, dann wollte ich so ein Kombo-Ding machen, weißt du? Komm! Ich spring da drauf. So, das ist mal die... Ach so, das ist nur hier stehen, das bin ich. Oh, wirklich? Das ist früh gewesen. Ja. Ich sag ihm was und dann meinst du... Ja, genau. Ja, dann hättest du auch mal mehr oder was schon weg. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Warte mal. Wir müssen irgendwie rüber. Wie kommst du schaffen? Wir sind noch ein bisschen eingerostet. Also... Wir schaffen das schon noch früher oder später, aber... Ja, später. Vielleicht auch nicht. Gut, lass mich allein. Wir müssen einfach stehen bleiben. Ja. Wird da jetzt verrecken. Ich wäre jetzt nach vorne gerannt, ich hätte ja irgendwie gestorben. Ja, genau. Komm, jetzt rüber. Genau. Nein. 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 Es steht jetzt alles ja überhaupt nicht im Weg. Da unten ist ein Minze drin. Ja, deswegen gehe ich auch schon lange und nicht hoch. Und deswegen springst du auch nicht dagegen und kriegst Ängste noch. Ja. Ich bin oben auf. Ich bin oben auf. Ich bin oben auf. Ja. Ich bin oben auf. weil das so ziemlich oft ein böses Fremdchen vorkommt, dass man eigentlich nichts zu suchen hätte. Ist doch egal. Dankeschön. Wieso fällt es jetzt direkt? Er ist aber auch noch auf mich warten könnte oder sowas. Nein. Hey, bist du gefallen, bist du wieder. Ey, das ist vielleicht warten können, dass ich wieder rauskomme. Also, rauskommen kann.